Servus Leute! Das heutige Video handelt von einem meiner größten Hobbys, nämlich Filmen. Filme begleiten mich schon mein ganzes Leben. Einige meiner frühesten Erinnerungen haben mit Filmen etwas zu tun. Mit meinem Papa Videokassetten schauen, heimlich, wenn meine Mama eingeschlafen ist und auch irgendwelche Horrorfilme im Fernsehen schauen oder bei meinem Onkel TVD schauen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich mit YouTube begonnen habe und ich möchte auch mal eines Tages in dem Bereich arbeiten und deswegen habe ich mir gedacht, stelle ich euch heute einige meiner Lieblingsfilme vor. Ein weiterer Grund dafür ist, dass diese Filme auch meine Videos sehr beeinflusst haben und wenn ihr die Filme, die ich euch gleich zeigen werde, dann werdet ihr vielleicht ein paar Parallelen ziehen können und denkt sich, hey hu, den Trick hat er von dem Film, hey hu, den... weiß ich nicht, hat er von dem Film, okay? Gut, das war's auch schon mit meinem Gequasel. Ich würde sagen, Film ab. Du, are you gonna hook up with a Mexican girl? They're trying to hook me up with them, dude. Dude, it'd be great if you did, but it... I get it, man. . . . Sweet brown sugar. Goddammit, Chef! Shut up! Goddammit, Chef! That's right, 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 yeah, it's the way it goes, damn, 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 damn. That's right. 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 gut ich hoffe euch hat dieser zusammengefallen wie man weiß geschmäcker sind verschieden also würde ich gerne wissen wie viele viele davon hat sie gekannt mögt ihr ein paar dieser filme auch hasst ihr ein paar dieser filme oder was ein paar eurer lieblingsfilme und ja man sieht es